Moin Moin, hier ist Dominik. Willkommen zu einem kleinen aber feinen weiteren neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Und heute geht es wieder um AI, um einen Chatbot. Nicht um OpenAI, nicht um ChatGBT, sondern um einen Konkurrenten, den ich auf dem YouTube-Kanal hier des Öfteren schon mal gesprochen habe, Neuigkeiten zugezeigt habe und auch schon in der Anwendung zwischendurch mal gezeigt hatte. Und zwar, der eine oder andere wird es erkennen, Mistral AI. Denn die Mistral AI-Modelle, die sind ja Open Source. Das heißt, sie sind für jeden frei, öffentlich, kostenfrei zugänglich. Jeder kann damit arbeiten. So, und im Normalfall ist es so, dass man die entsprechenden LLMs, die Mistral AI zur Verfügung stellt, ja auf seinem Rechner zum Laufen bekommt. Das heißt, man holt sich im Hintergrund ein OLAMA, um die Modelle zu betreiben, und ein OpenWeb UI, um eine Oberfläche zu haben, um einfach und schnell mit dem Modell zu chatten, wie es man beispielsweise von ChatGBT kennt. Nur, dass ChatGBT ja nicht lokal auf eurem Computer funktioniert, sondern über Server, die OpenAI zur Verfügung stellt. ChatGBT läuft also über die Cloud, könnte man sagen. Und Mistral AI, wie wir gerade gelernt haben, läuft lokal auf eurem Computer. Das ist so der Weg, den man bisher kennt. Das ist der Weg, den die meisten nutzen. Es gibt aber auch von Mistral AI das Ganze als Online-Variante. Das heißt, Mistral AI in der Cloud, könnte man sagen. Also, das gleiche Angebot, was OpenAI mit ChatGBT bedient, bedient auch Mistral AI. Das kennt nur fast niemand, weil man sich meistens auf die lokalen Modelle konzentriert, wenn es um Mistral AI geht. Ich zeige euch heute, wie ihr das Ganze aber in der Cloud betreiben könnt, wenn ihr beispielsweise einen Rechner, einen Computer habt, der dafür nicht ausgelegt ist. Damit ihr das Ganze auch ohne Leistungseinbußen ausprobieren und damit arbeiten könnt. Mistral AI bietet euch entsprechend eine Chat-Interface, die, wie gesagt, sehr, sehr ähnlich ist, zu der Geschichte, die, ja, OpenAI anbietet. Und das hier ist, ja, Mistral AI's Interface, ja, die Cloud, die Web-Online-Oberfläche. Das Ganze heißt Le Chat, da es eben aus, was war es, Frankreich kommt, meine ich. Ich meine, es wären Franzosen, die das betreiben oder ein französisches Unternehmen. Naja, hier ist auf jeden Fall das Web-Interface. Und das ist sehr simpel aufgebaut. Wir haben hier auf der linken Seite eine Suchfunktion. Und hier auch diese Leiste, die halt anzeigt, wo ihr mit den Modellen interagiert. Das heißt, wie gesagt, das ist sehr, sehr ähnlich zu ChatGBT. Wir haben auf der linken Seite also die Leiste, wo wir unsere bisherigen Unterhaltung sehen. Und der rechte Bereich so gesehen ist das eigentliche Chat-Fenster. Auch bei Mistral AI kann man die Modelle auswählen, mit denen man schreiben möchte oder arbeiten möchte. Da gehen wir gleich mal kurz drauf ein. Also, hier unten seht ihr Dominik Goicke. Das da unten ist das Profil, mit dem ihr euch eingeloggt habt. Wenn ihr da draufklickt, habt ihr verschiedene Möglichkeiten, was ihr einstellen und nachgucken könnt. Natürlich könnt ihr euch erstmal abmelden, die Hilfe besuchen, das Profil angucken. Ihr könnt das Design ändern in Weiß oder in so ein Schwarz. Ihr könnt Chats archivieren, kennt man von ChatGBT. Und ihr könnt geteilte Chats anzeigen. Das heißt, ihr könnt Chats auch teilen mit anderen Usern oder Nutzern. Und wir haben den persönlichen Bereich, der ist im Prinzip die verschiedenen Punkte, die wir hier haben. Das ist hier also aufgeteilt in Nutzername und angemeldete E-Mail. Persönlich und persönlich ist dann der Bereich geteilte Chats, archivierte Chats, Designs, Profil, Hilfe und Abmelden. Wenn wir auf Profil klicken, dann öffnet sich ein weiteres Tab. Und hier sieht man alle Nutzerdaten. Das heißt, man sieht hier die Nutzer-ID. Das ist die persönliche Kennung, die man zugewiesen bekommt. Wir sehen bei Profil entsprechend die E-Mail, den Vornamen, Nachnamen, einige E-Mail-Sachen entsprechend. Zwei-Faktor-Autifizierung ist hier auch mit drin. Social Logins sind mit dabei. Du kannst das Konto löschen, wenn du es nicht mehr brauchst. Und hier sind ganz, ganz viele andere Sachen, die mich als normalen Nutzer aber eigentlich nicht interessieren. Ich will ja einfach nur einen Chatbot haben, mit dem ich interagieren kann. So. Es gibt kein Plus-Abonnement. Es gibt kein Pro-Abonnement. Bei Mystrel.ai in der Web-Variante gibt es kein Abo. Das heißt, du kannst kostenfrei damit arbeiten. So lange und so oft du möchtest. Die Modelle kann man hier unten auswählen. Da unten kann man die Modelle auswählen. Da ist jetzt gerade Large 2 ausgewählt. Das größte Modell, was Mystrel aktuell anbietet. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Im Jahr 2024. Ja. Größte Modell. Large 2. Dann gibt es natürlich noch das Costrel-Modell oder das Coastrel-Modell. Das ist das Modell, was speziell für Programmierer und Coding gedacht ist. Dann haben wir das von mir aus, ja, wie ich finde, mein Lieblingsmodell, weil es klein ist und super lokal betrieben werden kann. Nämlich das Modell Nemo. Und dann haben wir noch ein weiteres Modell. Wenn ihr meine Videos verfolgt, dann werdet ihr davon schon gehört haben. Und zwar das Pixstrel oder Pistrel-AI-Modell. Oder Pixstrel. Ich glaube, es heißt Pixstrel. Das Pixstrel-Modell. Was ist daran das Besondere? Das Pixstrel-Modell ist das erste multimodale Language-Model, LLM. Das erste Open-Source-LLM, das Bilder versteht. Also das erste große multimodale Modell von einem großen Unternehmen, was Open-Source ist. Und hier unten haben wir noch einen Punkt. Chatmodel Select Agents. Wir werden jetzt erst mal mit dem neuen Pixstrel-Modell arbeiten. Wie kann man das machen? Ihr wählt das Modell, mit dem ihr arbeiten wollt, einfach aus. So, dann ist das hier aktiviert. Und dann werde ich mal eben kurz auf meinem Zweitbildschirm meine Eagle-Software öffnen. Und werde mir mal eben ein Bild nehmen. Beispielsweise dieses hier. Ihr könnt nämlich einfach Bilder per Drag & Drop von einem Desktop, also von einem Bildschirm, in den Chat reinziehen und einfach fallen lassen. So, dann haben wir hier unten jetzt das Bild entsprechend. Das ist jetzt hier eingelegt. Oder hinterlegt. So, und jetzt könnt ihr natürlich eine Frage stellen. Beispielsweise könnt ihr die Frage stellen. Moin Moin, was ist auf diesem Bild zu sehen? So, dann haben wir das jetzt geschrieben, beziehungsweise in meinem Fall diktiert. Moin Moin, was ist auf diesem Bild zu sehen? Und da wir hier ein Modell haben, was Bilder versteht, kriegen wir jetzt eine entsprechende Antwort. Das heißt, wir schicken jetzt die Frage mit dem Bild ab. So, er verarbeitet das Ganze jetzt. Das dauert ein wenig. So, und wir kriegen jetzt das, was wir als Eingabe gefragt hatten, mit dem hinterlegten Bild und die Antwort. Das Bild wird relativ klein dargestellt. Ihr könnt das, wenn ihr auf das Bild klickt, dann bekommt ihr das in Groß. Das heißt, ihr könnt nochmal nachgucken. Okay, so sah das Bild aus, um zu kontrollieren. Okay, so sieht das Bild aus, das ihr reingeworfen habt. Was hat denn jetzt das neue PixTrue-Modell dazu zu sagen? Im Üppigen sehen wir jetzt auch, dadurch, dass wir den Chat, die Interaktionen gestartet haben, sehen wir hier in der linken Leiste auch unseren Chat. Ja, den können wir archivieren, also speichern und wir können ihn löschen. Die MistTrue-Modelle sind noch nicht in der Lage, beispielsweise wie ChatGBT mit einem Voice-Mode zu arbeiten. Das heißt, das Modell arbeitet nur mit Text. LLM eben. Large Language Model. So, wir haben natürlich die Möglichkeit, die Antwort zu kopieren, Daumen hoch, Daumen runter zu geben und wir haben die Möglichkeit, die Antwort neu zu generieren. Ja, dafür werden keine Credits beansprucht. Wir können das komplett kostenfrei einfach so lange nutzen, wie wir möchten. So, also, ich werde jetzt in meinem Fall mal ganz kurz schauen, dass ich hier an den Seiteneinstellungen kurz mal was ändere. Das geht entsprechend mit einem entsprechenden, ja, Firefox-Plugin, damit ich den Text hier auch besser lesen kann. Okay, also, MistTrue in dem Fall sagt uns, das Bild zeigt eine digital gestaltete Abbildung einer Frau mit auffälligem und stilvollem Aussehen. Sie hat langes schwarzes Haar mit weißen Strähnen, das über ihre Schultern fällt. Und ihre Augen sind stark geschminkt mit dunklem Eyeliner. Und dynamische Lichtschatten sind also auch mit drin. So, und sie hat dunkle Lippen. Sie trägt einen schwarzen Spitzenbeherr. Was haben wir hier? Und ein und Hörschenset. Okay. Okay, interessant, ja. Mit detaillierten Mustern und Designs. Die Abbildung hat eine realistische Hauttextur und detaillierte Tattoos auf ihrem Körper, einschließlich eines großen Designs auf ihrem Bauch und kleinen Mustern auf ihren Armen und Beinen. Die Frau sitzt auf einem Bett in einem Raum mit einem Fenster im Hintergrund, das mit schwarzen Vorhängen geschmückt ist. Die gesamte Atmosphäre des Bildes ist mysteriös und elegant mit einem Fokus auf das Detail und die Ästhetik. Okay. Gut. Schauen wir uns das Bild doch nochmal an. Wir haben die Frau, wir haben die schwarz-weißen Haare, wir haben die dunklen Augen, beziehungsweise die Eyeliner. Der Hintergrund stimmt auch. Die Kleidung stimmt auch. Also, er hat das ganz gut umgesetzt. Auch die Tattoos sind mit drin. So. Wir können das ja nochmal weiter probieren. Ich suche nochmal eben kurz ein Bild dafür. Vielleicht nehmen wir jetzt mal ein Bild, was etwas ordentlicher daherkommt, könnte man sagen. Und zwar können wir hier auch einfach wieder sagen... Okay. Wir können auch einfach auf die Klammer klicken, das Bild oder die Bilder auswählen und dann werden sie hier reingeladen. Auch hier fragen wir nochmal nach... Hey, was ist denn auf dem Bild bitte zu sehen? So. Das kam jetzt sehr, sehr schnell. Aber wir gucken mal. Also. Das ist das sehr schöne Bild, was wir da reingeworfen hatten in den Chatbot. Und das Modell sagt entsprechend, das Bild zeigt eine Nahaufnahme einer jungen Frau mit einem sanften und nachdenklichen Gesichtsausdruck. Sie hat langes, blondes Haar, das in Lockenwellen gestylt ist. Mhm. Ja. Und über ihre Schultern fällt. Ja, das stimmt. Ihre Augen sind hellblau und wirken intensiv, während sie direkt in die Kamera schaut. Sie trägt ein schwarzes Spitzenoberteil, das einen Kontrast zu ihrer hellen Haut und der hellen, nee, der hellen Haare und der hellen Haut bildet. Mhm. Okay, ja. Der Hintergrund ist dunkel und unscharf, wodurch der Fokus auf das Gesicht und ihre Oberkörperpartie gelenkt wird. Mhm. Okay. Ja. Die gesamte Atmosphäre des Bildes ist mysteriös und elegant, mit einem Fokus auf die Details und die Ästhetik. Die Frau scheint in einem Studio oder einem gut beleuchteten Raum zu sein, was zur Qualität und Klarheit des Bildes beiträgt. Mhm. Ich muss sagen, wir haben aktuell noch nicht die Möglichkeit, mit diesem multimodalen Modell lokal auf unserem Computer zu arbeiten. Ich weiß auch zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, ob das nochmal so umgesetzt wird, dass wir die Möglichkeit bekommen, mit dem Modell auch lokal auf dem Rechner arbeiten zu können. Ich kann es mir zum Beispiel vorstellen, ich würde es sehr begrüßen, mit dem Modell lokal zu arbeiten, weil das eine sehr starke Erleichterung wäre, mit dem Modell lokal zu arbeiten. Jetzt hier läuft es aber über die Server, über die Cloud von Mistral.ai. Wir schauen uns das Bild nochmal an. Wir haben den Blick der Frau, wir haben die braunen Haare, wir haben die lockigen Haare, der Hintergrund ist dunkel. Wir haben die schwarze Spitzenkleidung, sagen wir mal so. Schauen wir nochmal nach. So, das Bild zeigt eine Nahaufnahme, ja, eine junge Frau, mit sanften und nachdenklichem Gesichtsausdruck, ja, das würde ich so auch unterschreiben. Sie hat langes, blondes Haar, mit lockigen Wellen. Ja, blonde Haare. Ich würde eher sagen, das geht so in die Richtung blond-braun, so eine Mischung daraus, eventuell. Ähm, was haben wir denn hier noch? Ähm, genau, die Haare fallen über die Schulter und ihre Augen sind hellblau. Sind die Augen hellblau? Ja, es sieht mir nach blau aus. Entweder ist es blau oder grün, ich bin mir nicht ganz sicher. Es sieht eher nach blau aus, oder? Also, es scheint auch zu stimmen. Scheint ja gut gemacht zu haben. Ähm, die schaut direkt in die Kamera, ja. Sie trägt ein schwarzes Spitzenoberteil. Ja, das stimmt auch. Das schwarze Spitzenoberteil sehen wir hier auch. So, okay. Äh, der Spitzenoberteil. Mhm. Die gesamte Atmosphäre des Bildes ist mysteriös und elegant, mit einem Fokus auf die Details und die Ästhetik. Ja, ähm, also mysteriös würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Ich würde unterschreiben, es sieht elegant aus. Hat so einen gewissen Reiz, würde ich jetzt interpretieren, was man da sieht. Ne? Ähm, man kann jetzt natürlich argumentieren, ja. Ja, das Studio könnte möglicherweise sein, da das Bild für mein Nicht-Profi-Verständnis, äh, sehr gut aussieht. Ja? Man könnte also sagen, ja, ey, das kann ja in einem Studio gemacht worden sein. Es sieht für mich sehr nach Studio-Fotografie aus. Porträt entsprechend. Sieht man ja auch. So. Also, Details und Ästhetik würde ich sagen, ja, stimmt soweit. Mysteriös würde ich nicht wirklich unterschreiben. Aber das ist an sich Sache. So. Man schreibt ja auch hier, sie scheint, oder die Frau scheint in einem Studio oder einem gut beleuchteten Raum zu sein. Das heißt, das Modell ist sich hier nicht wirklich sicher, kann nicht wirklich nachvollziehen und analysieren, wo befindet sich die Frau. In einem Studio oder nur in einem gut beleuchteten Raum? Das weiß sie natürlich nicht, ja. Wie auch. Das war ja nicht näher angegeben. Hätten wir es näher angegeben, hätte sie wahrscheinlich auch gesagt, hey, das Bild ist in einem Fotostudio entstanden. Das hätten wir aber vorher mit angeben müssen. Haben wir nicht. Dementsprechend zieht sich das Modell die Infos entsprechend aus dem Bild und weiß es eben nicht, wo das Bild gemacht wurde. In einem Studio oder vielleicht doch nur in einem gut beleuchteten Raum. Dass es so wirkt, als wäre das Bild in einem Fotostudio oder einem Studio gemacht worden. Wie gesagt, hätten wir das vorher angegeben, wäre da wahrscheinlich auch entsprechend etwas anderer Text rausgekommen. Weil man dann, weil das Modell dann die Info hätte, hey, das ist in einem Studio gemacht worden. Ähm, vielleicht hätte man dann als Modell irgendwie noch ein paar Infos gegeben oder so. Ich weiß das nicht, ja. Ähm, okay. Ja, Qualität, Klarheit würde ich auch unterschreiben. Das passt. Wenn wir jetzt mal sagen, ähm, das Bild ist in einem Fotostudio in Berlin gemacht. Wo, 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 wo worden? Ist das richtig? Ja, ne? Ist richtig. Okay. Wir schicken das mal ab. Das stimmt natürlich nicht. Das möchte ich gleich dazu sagen. Dieses Bild ist ein AI-generiertes Bild. Dieses Bild ist nicht echt. Ähm, das Bild ist nicht in Berlin aufgenommen worden. Ich habe gar nicht die Möglichkeit nach Berlin zu kommen. Ähm, aber man kann ja mal gucken, was hier passiert. Wir haben jetzt noch angegeben, okay, mehr schlecht als recht, können ja mal kurz bearbeiten, wir gucken nochmal kurz, das Bild ist, ist, ist von mir wieder falsch geschrieben worden, weil ich zu schnell war, natürlich ist, so, das Bild ist in einem Fotostudio in Berlin gemacht worden. Wir haben das korrigiert, schicken das Korrigierte ab, also er versteht zwar, dass ist in dem Fall falsch geschrieben war und erkennt auch, dass es ist, heißen sollte, aber man kann es ja trotzdem korrigieren, damit er nochmal eine bessere Antwort rausgibt von der Qualität her. Okay, schauen wir da mal kurz nach, ich nehme die Maus mal kurz weg, also, er hat das nochmal, er hat die Beschreibung korrigiert, das Bild zeigt eine Nachaufnahme einer jungen Frau mit sanften und nachdenklichem Gesichtsausdruck. Sie hat langes blondes Haar, das in Lockengestalt ist und über ihre Schultern fällt. Ihre Augen sind hellblau und wirken intensiv, während sie direkt in die Kamera schaut. Sie trägt ein schwarzes Spitzenoberteil, das einen Kontrast zu ihren hellen Haaren und der hellen Haut bildet. Der Hintergrund ist dunkel und unscharf, wodurch der Fokus auf ihr Gesicht und ihre Oberpartien gelenkt wird. Die gesamte Atmosphäre des Bildes ist mysteriös und elegant, mit einem Fokus auf die Details und die Ästhetik. Die Frau scheint in einem Studio oder einem gut beleuchteten Raum zu sein, was zur Qualität und Klarheit des Bildes beiträgt. Das Bild wurde in einem Fotostudio in Berlin aufgenommen, was der Szene einen professionellen und künstlerischen Note verneiht. Also, er hat hier am Ende mit dran gehangen, hey, das Bild ist laut seinen Informationen in Berlin aufgenommen worden. Er hat die Info also mit reingenommen in die Beschreibung des Bildes. Das wollte ich nur mal zeigen, nur mal so als kleinen Anhang, einfach weil mich interessiert hat, wie setzt er das mit dem Text um? Wie baut er das mit ein? Er hat es am Ende mit eingebaut, als, ich würde sagen, kleine Randnotiz. Der Rest ist ja gleich geblieben. Von daher, ja. Okay, Leute. Das war jetzt ein weiteres kleines Video, das ich schon seit längerem mal machen wollte, um euch eine Alternative aufzuzeigen. Wenn ihr sagt, hey, ihr wollt mit JGBT nicht arbeiten und ihr habt vielleicht nicht die Möglichkeit, diese Modelle von Mystery AI auf eurem Computer zum Laufen zu kriegen, Ihr könnt auch komplett kostenfrei, ohne Abo, ohne Creditsystem, komplett for free mit einem Chatbot interagieren, damit arbeiten. Probiert gerne die anderen Modelle aus. Ich habe mir jetzt heute zusammen mit euch das neueste multimodale Open Source Modell angesehen, das Pixtrel-Modell von Mistrel AI. Ich hoffe, dieses Video hat euch vielleicht ein bisschen weitergeholfen, hat euch gut informiert. Probiert das Ganze selber mal aus auf Mistrel AI. Einfach bei Google mal eintragen oder was ihr auch machen könnt, können das ja mal kurz zeigen. Das heißt, ich logge mich aus und wir machen das nochmal kurz. Das heißt, ich sage jetzt hier Mistrel AI L-A-Chat. So, das haben wir jetzt hier eingegeben. Mistrel AI L-A-Chat. Und dann direkt der erste Link hier. Sign in Mistrel AI. Oder wir können auch einfach den zweiten Link nehmen, wenn ihr direkt zu dem Login wollt, direkt zu dem Chatbot wollt, dann nehmt am besten Sign la Chat. Ich packe euch alle Links auch unten in die Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr einfach über die Links unten darauf direkt zugreifen. So, dann landen wir, wie gesagt, auf der Seite hier. Und dann kann man sich hier entsprechend einloggen. Etweder ihr geht hier unten auf Registrieren, macht euch ein kostenfreies Konto. Oder ihr loggt euch mit Google oder mit Microsoft ein. Und dann könnt ihr sofort mit Mistrel AI arbeiten. Und ja, ich würde dann einfach mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wir sehen und hören uns schon morgen zu einem neuen Video wieder.